Und in Europa hat man zusehends Angst vor dem Winter. Denn nicht nur Haushalte, sondern auch die heimische Industrie sind derzeit noch auf das Gas aus Russland angewiesen. Europa und die Welt stecken in einer beispiellosen Energiekrise. Manche vergleichen die Situation bereits mit dem arabischen Ölembargo der 1970er Jahre, mit verheerenden wirtschaftlichen, sozialen und politischen Folgen. Deshalb sind schnelle Lösungen gesucht. Wie die Versorgung in der Zukunft aussieht und wie Sie von den langfristigen Lösungen gegen die Energiekrise profitieren können, das erfahren Sie jetzt gleich im Online-Seminar. Und damit heiße ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum Finanzen-Netz-Seminar an diesem Donnerstagvormittag. Mein Name ist Jasmin Menzin und ich darf Sie in den kommenden 60 Minuten als Ihre Moderatorin durch die heutige Veranstaltung begleiten. Ich freue mich sehr, dass Sie alle heute mit dabei sind und sich bereits so zahlreich eingefunden haben. Genauso sehr freue ich mich, unseren heutigen Gast in dieser Runde nun begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, David Lump. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst, David. Ja, Jasmin, vielen lieben Dank. Es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Und du hast es ja schon angesprochen, es soll heute auch ein sehr spannendes Thema werden. Auf jeden Fall. Wir sind sehr gespannt, bevor es losgeht. David, du arbeitest im Sales bei HAN ETF, einem White-Label-Anbieter innovativer ETFs und bist dort für die DACH-Region zuständig. Aber erzähl unseren Zuschauern doch gerne noch etwas mehr über dich. Ja, sehr gerne, Jasmin. Der ein und andere kennt mich ja jetzt mittlerweile vielleicht auch schon. Ist jetzt nicht das erste Webinar, was wir hier zusammen veranstalten. Für die, die mich noch nicht kennen, du hast es angesprochen. Ich arbeite bei HAN ETF. Wir sind ein relativ kleiner ETF-Anbieter. Da würde ich aber gleich nochmal, wenn dann die Präsentation losgeht, ein, zwei Sätze zu sagen, wer wir sind, was wir tun. Ich bringe Erfahrung aus der Equity-Seite, aus dem Equity-Sales sowie auch dem ETF-Sales mit und war zuletzt, bevor ich bei HAN ETF angefangen habe, bei der Deutschen Börse. Dort auch im ETF-Bereich, im ETF-Team tätig und habe mich unter anderem um die ganzen neuen Listings auf Xetra gekümmert. Wunderbar. Vielen Dank, David. Bevor wir in deinen Vortrag einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauer, noch auf Folgendes hinweisen. Bei Fragen oder Verständnisproblemen können Sie uns während des Webinars über die Chatfunktion kontaktieren. Einige Ihrer Fragen werde ich möglicherweise direkt aufgreifen und an unseren Experten weiterleiten. Am Ende der Veranstaltung wollen wir in einer Fragerunde gemeinsam noch offene Fragen klären. Jetzt haben wir Sie, liebe Zuschauer, aber genug auf die Folter gespannt, denn wir haben ja noch einiges auf dem Programm. David, du bist an der Reihe. Ich übergebe dir das Wort und die Moderatorenrechte. Dann kannst du uns deinen Bildschirm teilen und wir sind sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Jetzt ganz kurz. Ihr seht mein Screen, ja? Ja, jetzt können wir deinen Desktop sehen. Ich starte mal in die Präsentation rein. Wunderbar, wir können die Präsentation sehen. Sehr gut. Vielleicht auch nochmal ganz kurz vorneweg. Ich nehme an, da bisher auch keine Beschwerden kamen, alle können mich sehen und hören. Das sollten wir vielleicht am Anfang auch nochmal machen. Den kleinen Technik-Check. Wie ich sehe, gibt es erstmal keine Beschwerden. Genau, wir können dich sehen und hören und auch deine Präsentation im Vollbildmodus sehen. Perfekt. Dann würde ich sagen, du hast es angesprochen, Jasmin, wir wollen keine Zeit verlieren. Wir haben ein sehr spannendes Thema. Was uns alle betrifft, die Energiekrise in Europa ist, denke ich, jetzt auch für niemanden was Neues. Wir sind wirklich, wie gesagt, alle privat davon betroffen. Wir können alle ein Liedchen davon singen. Ich habe jetzt persönlich vor, ich glaube, es waren jetzt zwei Wochen sogar, den dritten Brief von meinem Stromanbieter bekommen, der mir die Preise erhöhen möchte. Von daher, ja, es ist ein Thema, was uns alle betrifft und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wenn uns jetzt auf der Kostenseite das Portemonnaie, das Geld entzogen wird, dann sollten wir uns vielleicht auch mal anschauen, was können wir in unseren Portfolien damit dann vielleicht tun, um dort vielleicht ein kleines Plus und die Kosten auszugleichen. Wie Sie jetzt hier auf der Slide schon sehen können, ich habe versucht, das Thema in zwei Abschnitte zu untergliedern. Zum einen mal, was kurz- bis mittelfristig getan werden kann und dann vielleicht auch mal einen Blick ein bisschen weiter in die Zukunft werfen, was mittel- bis langfristig getan werden kann, wie unsere Energieversorgung aussehen könnte. Sie werden es an den Bildern unschwer erkennen. Es wird sich zum einen um Öl und Gas drehen. Das wird über kurz oder lang sicherlich nicht unsere Energieversorgung verlassen. Wenn wir jetzt längerfristig in die Zukunft schauen, sehen Sie auf den beiden Bildern rechts, es wird sich um erneuerbare Energien drehen. Bevor wir jetzt in das Seminar, in das Webbinger einsteigen, natürlich noch mal vorneweg der Disclaimer, dass wir hier keine Anlageberatung treffen. Und dass es sich natürlich, Sie kennen das, die Performance oder die Charts, die ich Ihnen zeige, natürlich keine Garantie für die Performanceentwicklung in der Zukunft sein darf. Ich hatte es anfangs kurz angekündigt. Ich möchte noch mal für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Hahn ETF noch nicht kennen, ein, zwei Sätze dazu sagen, wer wir sind, wo wir herkommen. Ich hatte es kurz erwähnt, wir sind noch ein relativ neuer Anbieter im Markt. Uns gibt es seit jetzt knapp fünf Jahren. Allerdings sind wir, und deswegen habe ich die beiden Herren, die Sie hier links sehen, mitgebracht. Das sind unsere beiden Gründer, Hector McNeil und Nick Mankowski. Bevor Fragen kommen, daher kommt auch unser Name. Der ist ganz simpel, Hahn ETF, sind einfach die Initialen der beiden, Hector und Nick. Die beiden sind keine Unbekannten in der ETF-Branche. Sie bringen über 20 Jahre Erfahrung mit. Das heißt, Sie sind eigentlich seit den Anfängen der ETF-Industrie mit dabei. Ihre Expertise lag hauptsächlich, und da kommen Sie ursprünglich mal her, Sie haben in Australien den allerersten physisch hinterlegten Gold-ETC aufgelegt. Haben unter anderem, bevor Sie jetzt Hahn ETF zusammen gegründet haben, schon einige andere Unternehmen gegründet. Und dem einen oder anderen mag es vielleicht schon Begriff sein, ETF Securities, beziehungsweise Boost-ETP. Und haben zuletzt, bevor Sie Hahn ETF gegründet haben, Wisdom G Europe mit aufgebaut. Jetzt vielleicht ganz kurz dazu, was uns von den großen anderen Teilnehmern oder Emittenten, die man am Markt kennt, unterscheidet. Wir sind ein sogenannter White-Label-Anbieter. Was bedeutet das? Wir kooperieren bei unseren Produkten mit Partnern zusammen. Partner sind kleinere oder mittelständische Asset-Manager, die vielleicht eine Idee für ein Produkt haben oder vielmals auch eine aktive Strategie haben, sich aber sagen, okay, Sie würden gerne ein ETF oder die Strategie in ein ETF packen. Jetzt ist das meistens relativ, relativ teuer, wenn man jetzt nur ein ETF oder vielleicht auch zwei oder drei Produkte hat. Dann kann sich das alles vielleicht nicht so lohnen für den Einzelnen. Das heißt, möchte jemand ein ETF auflegen, kann er zu uns kommen. Wir als Hahn ETF kümmern uns darum oder bieten die Möglichkeit, den ETF-Wrapper zu nutzen. Das heißt, wir kümmern uns um die technische Umsetzung, alles, was im Hintergrund passiert, sowie um die unter anderem die Listings an den verschiedenen Börsen in Europa. Und letztendlich auch, und da kommt dann meine Wenigkeit ins Spiel, kümmern wir uns um den Vertrieb der Produkte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für Sie als Anleger, okay, was haben Sie davon? Sie haben natürlich zum einen mal, wie ich jetzt gerade schon in der Folie davor gezeigt habe, Expertise auf der Produktseite. Das heißt, wir wissen, wie ein ETF aufzulegen ist. Wir kennen uns mit dem technischen Know-how aus. Und zum anderen haben Sie die Möglichkeit, und das ist für Sie dann jetzt, denke ich, deutlich relevanter als Zuhörer und Zuhörerinnen. Sie haben die Möglichkeit und Sie bekommen Zugang zu verschiedenen Managern, die wirklich in Ihrem Bereich hohe Expertise haben. Das heißt, das sind jetzt nicht Manager oder Asset-Manager, die sagen, okay, wir haben jetzt 50 verschiedene Ideen. Üblicherweise sind die sehr spezialisiert auf einen gewissen Sektor, auf ein gewisses Thema. Und dort haben Sie Expertise. Das heißt, Sie bekommen über die Produkte bei uns deutlich tiefen Einblick in die einzelnen Themen. Da würde ich dann aber auch, wenn wir zu den Produkten nachher kommen, die ich Ihnen mitgebracht habe, kann ich dann ja gerne auch nur mal ein, zwei Worte verlieren. Dann soll es das an dieser Stelle zu H&E-TF gewesen sein. Was wir jetzt machen wollen, bevor ich Ihnen die einzelnen Produkte dann auch wirklich vorstelle, wollen wir uns einmal ganz kurz anschauen, okay, was ist denn in der letzten Zeit, Entschuldigung, was in der letzten Zeit denn eigentlich passiert und warum beschäftigen wir uns jetzt heute mit dem Thema? Hier möchte ich zum einen mal ganz kurz auf das geopolitische Umfeld eingehen. Ganz wichtig, was ich hervorheben möchte, Was gerne mal wieder vergessen wird, wir gucken uns, wenn wir jetzt hier einen Blick auf die Rohölpreise und auch auf die Erdgaspreise, links sehen Sie die Brennrohölpreise, quasi der Weltmarktreferenzpreis und auf der rechten Seite die Erdgaspreise. Für Amerika allerdings, ich habe auf der nächsten Slide auch noch mal die Vergleichsfutures auf die Gaspreise für Europa mitgebracht. Wodrauf ich hinweisen möchte, und das wird, was ich auch in Gesprächen immer mal wieder feststelle, gerne vergessen. Aktuell ist natürlich der Krieg in der Ukraine und ganz aktuell natürlich auch, Sie haben es bestimmt alle mitgekriegt, was passiert mit Nord Stream 1, Nord Stream 2, was passiert mit unserem Gas aus Russland. Das ganze Thema hat allerdings auch schon mit Corona angefangen. Deswegen habe ich diese Charts mitgebracht, wie Sie hier sehr gut sehen können, gerade auch was den Ölpreis betrifft. Der eine oder andere erinnert sich sicherlich noch, wir hatten zu Beginn von Corona negative Ölpreise in den Frontmonaten wohlgemerkt. Das heißt, wir kommen eigentlich von einem sehr schwachen Niveau und der letzte Anstieg, den wir hier rechts im Chart sehen, ist auf den Russland-Ukraine-Krieg zurückzuführen. Allerdings, wie gesagt, sollten Sie bitte nicht vergessen, dass wir auch vorher schon dank Corona und dann auch mit dem Reopening, wir wieder verstärkt Nachfrage nach Öl und Gas hatten und das jetzt nicht alles nur erst seit dem Russland-Ukraine-Konflikt gekommen ist. Wenn wir uns, und deswegen hatte ich das eingangs erwähnt, was ich hier mitgebracht habe, ist einfach mal ein Chart, weil das wird auch gerne immer mal wieder vergessen, auch gerade bezüglich auf die Frage, okay, was passiert denn jetzt aktuell mit dem Ölpreis, warum fällt er denn? Man sollte immer bedenken und vielleicht ganz kurz was hier sehen, ist einfach nur das weltweite Angebot und die weltweite Nachfrage. Die blaue Linie ist das weltweite Angebot an Öl auf dem Markt und die orangene, beziehungsweise, ja, orangene Linie ist die weltweite Nachfrage. Das heißt, was wird weltweit von Unternehmen, von staatlicher Seite nachgefragt? Und wie wir hier ganz, ganz gut sehen können, haben wir natürlich einen herben Einbruch auf der Nachfrageseite gehabt. Zu Zeiten von Corona, wenn wir uns hier Q2 2020 anschauen. Gleichzeitig war das Angebot aber relativ hoch. Entsprechend sind die Preise natürlich runtergekommen. Als es dann wieder so allmählich Richtung Reopening kam, ist die Nachfrage natürlich wieder angestiegen. Das Angebot war aber deutlich begrenzter noch. Wir sind jetzt seit Anfang diesen Jahres ungefähr wieder in einem Gleichgewicht. Das sehen Sie hier auf der rechten Seite, Q1 für Q1 2022. Entschuldigung. Die Schätzungen, das sehen Sie jetzt hier, der Chart ist von der US Energy Information Administration. Die Schätzungen gingen jetzt, das sind wie gesagt Zahlen noch aus dem Q2-Bericht. Der Bericht wird immer quartalsweise veröffentlicht. Sollte jetzt dann Anfang Oktober beziehungsweise Mitte Oktober dann auch ein Bericht für Q3 vorliegen. Das heißt, das sind jetzt die aktuellen Zahlen. Was Sie jetzt hier interessanterweise sehen, auf der rechten Seite sehen Sie die Schätzungen. Die waren natürlich relativ optimistisch. Mittlerweile, wie gesagt, wird sich der eine oder andere fragen, okay, man sieht immer wieder Berichte, okay, der Ölpreis sollte eher in Richtung auch 150 gehen oder vielleicht auch Richtung 250 gehen. Was aber wie gesagt gerne vernachlässigt wird, ist, ja, wir haben Krieg, aber was ist eigentlich mit dem weltweiten Angebot und was mit der weltweiten Nachfrage? Jetzt vielleicht ganz kurz dazu, warum die Preise beim Öl heute nicht bei 150, sondern eher bei 90 US-Dollar stehen. Vielmals wurde in diesen Berichten davon ausgegangen, dass die Sanktionen, die gegenüber Russland getroffen wurden, dazu führen würde, dass das russische Öl nicht mehr am Markt vorhanden ist. Das ist allerdings leider nicht der Fall. Wir haben, da sich auch nicht alle Staaten weltweit an den Sanktionen gegen Russland beteiligen, haben wir gerade vor allen Dingen China und auch Indien, die weiterhin das Öl von Russland kaufen, zu deutlichen Abschlägen. Das heißt, sie bekommen eigentlich ihre Energie relativ günstig geliefert und entsprechend nehmen sie das dankbar an und entsprechend fehlt natürlich diese Nachfrage, die ansonsten aus China und Indien kommt, wird natürlich weiterhin mit dem Öl und dem Angebot aus Russland betrieben. Das heißt, wir haben auf der Angebotsseite zum einen mal nicht weniger am Markt und wir haben jetzt, und das ist der zweite wichtige Punkt für den doch deutlich gefallenen Ölpreis, wir haben gerade in den letzten Monaten aufgrund der hohen Energiepreise auch immer wieder, und das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt, Rezessionssorgen. Finden wir uns vielleicht schon eine Rezession, steht uns eine bevor und entsprechend wird natürlich dann auch von der Industrieseite, wenn wir uns eine Rezession bewegen, die Nachfrage nachlassen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite weiterhin ein weltweites Angebot, was ungefähr auf Vorkriegsniveau liegt, beziehungsweise dann auf der Nachfrageseite eine rückläufige Nachfrage. Entsprechend sehen wir das dann auch in den Ölpreisen. Was jetzt für uns in Europa aber doch deutlich wichtiger ist, ist, wo kriegen wir denn jetzt überhaupt unser Öl und unser Gas her? Sie sehen hier auf der linken Seite einmal so ein Kuchenchart für Öl und auf der rechten Seite für Gas. Und was ganz wichtig ist, und das, denke ich, dürfte seit dem Russland-Ukraine-Konflikt auch für keinen mehr neu sein, dass wir knapp 40 Prozent unseres Gases bisher aus Russland bezogen haben. Jetzt ist es nun so, dass Herr Habeck versucht, okay, wir wollen uns in Zukunft kein Öl und Gas mehr aus Russland beziehen. Wir müssen uns natürlich, das wird nicht von heute auf morgen passieren, irgendwoher müssen wir das ja substituieren, können. Das heißt, irgendwo irgendjemand anders muss uns dieses Öl und dieses Gas liefern können. Bei Gas ist jetzt ganz wichtig, ich hatte es eingangs schon mal angesprochen, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Wir haben es diese Woche in den Nachrichten, denke ich, alle verfolgt, die Anschläge oder, da würde ich jetzt einmal so zurücknehmen, genau das weiß man ja noch nicht, die Sabotage an den Pipelines, wo davon ausgegangen wird, dass diese Pipelines für eigentlich immer unbrauchbar geworden sind. Das heißt, wir haben jetzt, obwohl wir auch bisher schon deutlich weniger Gas aus Russland geliefert bekommen haben, über Nord Stream 1, jetzt quasi für die Zukunft eher den Ausblick, dass wir gar kein Gas mehr aus Russland bekommen würden. Stellt sich, wie gesagt, die Frage, wo könnte dieses Gas herkommen? Wir haben jetzt unter anderem, war ja Habeck im Mittleren Osten, man hat mit Katar Verträge abgeschlossen zum anderen und das möchte ich Ihnen mit dem folgenden Chart gerne zeigen, könnte das Gas aus den USA kommen? Die USA sind nicht nur bekannt für oder seit einigen Jahren jetzt Nettoexporteur an Rohöl, sondern auch bei Gas schon längere Zeit Nettoexporteur. Das heißt, die USA produzieren mehr Gas und mehr Öl, als sie selber erwirtschaften und das Überschüssige können sie exportieren. Das heißt, ein Großteil unseres Gases in Zukunft könnte aus den USA kommen. Problem ist jetzt hierbei, wir haben aktuell die Pipelines aus Russland, das war relativ einfach, weil wir das Gas hatten, das durch die Pipelines gefördert werden könnte. Jetzt haben wir allerdings keine Pipeline, die durch den Atlantik läuft. Hierzu müsste das Gas zunächst verflüssigt werden und der eine oder andere wird es bestimmt auch schon mitgekriegt haben, sogenanntes LNG, Liquified Natural Gas. Das heißt Gas, was letztendlich für den Transport verflüssigt wird und dann mit Schiffen über die Weltmeeren transportiert wird. So sollte das Gas auch aus Katar kommen. Problem dabei ist, dass wir in Deutschland kein Terminal, zumindest bisher, haben, um dieses Liquified Gas, dieses verflüssigte Gas, wieder in reine Gasform umzuwandeln, um es letztendlich in die Pipelines wieder zu integrieren. Daher auch mit viel Hochdruck baut Herr Habeck daran, dass wir diese LNG-Terminals in Deutschland bekommen. Wie gesagt, wir haben bisher keins. Fünf sind aktuell in Planung, bis Mitte Dezember sollen bereits zwei in Betrieb genommen sein. Das heißt, ab Mitte Dezember dürften wir einen Teil unserer Gasversorgung mit Gas aus entweder Katar beziehungsweise den USA bekommen. Daher stellt sich natürlich die Frage, okay, was haben Sie als Anleger jetzt davon? Dass der Energiesektor ganz gut gelaufen ist, das wird jetzt auch für keinen eine Riesenüberraschung mehr gewesen sein bei den Öl- und Gaspreisen. Wir haben uns aber gesagt, okay, und welcher Sektor lohnt sich denn jetzt im Speziellen, vielleicht auch für Sie als Anleger, sich immer noch einen Blick drauf zu werfen? Wir haben uns gesagt, okay, wir wollen uns nicht den kompletten Sektor anschauen, sondern die Energieinfrastruktur. Was ist jetzt die Energieinfrastruktur? Grundsätzlich ist das Öl und Gas, der Öl- und Gassektor in drei Teile untergliedert. Zum einen, das sehen Sie hier ganz links, das sind die Upstream-Unternehmen. Das heißt, das sind die Unternehmen, die das Öl und Gas aus der Erde bohren und quasi, wie gesagt, aus der Erde holen. Auf der rechten Seite sehen Sie die Downstream-Unternehmen. Das sind letztendlich die Unternehmen, die das Öl oder Öl und Gas, also die Fertigprodukte, letztendlich für Sie an die Kunden weiter betreiben. Und dazwischen haben wir die sogenannten Midstream-Unternehmen. Und das ist auch der Sektor, auf den wir sagen, okay, der lohnt einen Blick. Und hier könnte es interessant sein, für Sie als Anleger zu investieren. Was machen diese Midstream-Unternehmen? Hauptsächlich sind diese Midstream-Unternehmen damit beschäftigt, die Öl und Gase, die die Upstream-Unternehmen aus der Erde geholt haben, zu den Downstream-Unternehmen zu transportieren. Sprich, Ihr Hauptgeschäft ist Transport. Zu 10, 15 Prozent kümmern Sie sich auch noch ein bisschen um Speicherung und Weiterverarbeitung der Rohöl und Gase. Das soll aber jetzt nicht der Schwerpunkt sein. Hauptschwerpunkt ist für diese Unternehmen, wie gesagt, der Transport. Das heißt, Sie sind quasi die Betreiber der Pipelines. Warum ist das jetzt für Sie als Anleger interessant? Diese Unternehmen haben zum Großteil eine relativ geringe Sensibilität zum Ölpreis. Warum? Sie schließen mit den Downstream-Unternehmen beziehungsweise den Upstream-Unternehmen Verträge ab. Und diese Verträge sind in der Regel sehr langfristig. Früher waren das mal immer 5 bis 10 Jahre. Mittlerweile sind das sogar 15 bis 20 Jahre. Kleiner Bonus, da das über so einen langen Zeitraum ist und das spielt jetzt gerade in der heutigen Zeit oder in der heutigen Zeit hat es eine hohe Relevanz bei den aktuellen Inflationszahlen. Sie lassen sich zudem diese Verträge noch an die Inflation koppeln. Das heißt, wenn die Inflation ansteigt, werden die Gebühren, die Sie einnehmen, auch erhöht. Für Sie ist das jetzt als Teilnehmer natürlich, als Anleger, Entschuldigung, natürlich dahingehend interessant, weil Sie zum einen eine hohe Planungssicherheit haben bei den Unternehmen. Das heißt, über diese langfristigen Verträge, die Sie abschließen, können Sie relativ stabil in die Zukunft die Cashflows kalkulieren, die Sie erwirtschaften bekommen. Zum anderen natürlich, gerade wie ich sagte, in der jetzigen Zeit von Vorteil, die Indexierung an die Inflation. Das heißt, auch hier haben Sie einen eingebauten Inflationsschutz. Wenn wir uns jetzt auf der nächsten Seite anschauen, das hatte ich gerade eben auch schon erwähnt, die Korrelationen bzw. die Sensitivität zum Ölpreis. Die Unternehmen und das sehen Sie hier auf der rechten Seite, die Midstream-Unternehmen, das sind die Unternehmen, über die wir gerade sprechen, beziehungsweise der Energiesektor in der Mitte als komplettes und ganz rechts noch mal die Exploration und die Produktionsunternehmen. Dadurch, dass diese Unternehmen so langfristige Verträge abschließen, ist Ihnen im Endeffekt relativ egal, wo der Ölpreis steht. Und das sehen Sie rechts in dem Chart. Da haben wir einfach mal die Sensitivität der jeweiligen Unternehmen gegenüber dem Ölpreis dargestellt. Speziell jetzt gerade zu Beginn von Corona, wenn Sie sich am Beginn an den Chart erinnern, dass wir einen Einbruch in der Nachfrage hatten. Entsprechend auch der Ölpreis deutlich in den Keller gegangen ist. Und da sieht man jetzt hier ganz deutlich, speziell für diesen Zeitraum, haben diese Midstream-Unternehmen für den kompletten Sektor quasi 10% neuen Wert verloren. Wenn man sich jetzt den, und das sieht man an den Graphen, bei den Energiesektor komplett anguckt, beziehungsweise die Exploration oder die Produktionsunternehmen, ist das natürlich gerade in solchen Zeiten ein schöner Beigeschmack. Und unsere Portfolios sind aktuell alle von diesen volatilen Märkten betroffen. Das zeigt sich dann, ich habe auch natürlich noch einen Chart mitgebracht, den zeige ich Ihnen dann später noch, dass Sie auch sehen, dass ich hier keinen Unfug rede. Ist das natürlich eine schöne Beimischung fürs Portfolio, was jeder sicherlich gerne hätte. Das hatte ich gerade angesprochen, wenn wir uns jetzt zudem, weil wir auch immer mal wieder von Kunden gefragt werden, okay, haben Sie denn vielleicht gerade im aktuellen Markt Ideen, die jetzt nicht mit dem breiten Markt korreliert sind. Da haben Sie auch hier einen Vorteil, ich habe jetzt Ihnen hier rechts einfach mal die über drei, über fünf und über zehn Jahre jeweils die Korrelationen zum einen Utilities, das sind ganz normale Versorger, den Real Estate Investment Trust, also dem Real Estate Sektor, beziehungsweise zu Anleihen mal mitgebracht. Wie Sie sehen, ist das eigentlich für Sie, wenn Sie einen Aufbau im Portfolio oder eine Beimischung fürs Portfolio haben, haben Sie hier was, was mit dem breiten Markt nicht sonderlich korreliert ist. Ein weiterer, ganz wichtiger Punkt, und das soll der letzte Punkt zu diesem, zu den MLPs sein, zu den Midstream-Unternehmen, Sie zahlen relativ hohe Dividende. Das sehen Sie hier einmal auch rechts im Chart, diese Midstream-Unternehmen, fairerweise muss man sagen, der Chart ist von 2021 aktuell, dadurch, dass sie so gut gelaufen sind, ist die Dividendenrendite in Anführungszeichen bei nur noch 6,8%. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum können diese Unternehmen oder warum ist die Dividendenrendite bei diesen Unternehmen so groß? Die USA, für die USA, vielleicht anders als das hier in Europa der Fall ist, war die Energieversorgung schon immer ein ganz wichtiges Thema und gerade auch der Öl- und Gassektor. Es sind in den USA stark staatlich gefördert. Diese Unternehmen, diese Midstream-Unternehmen sind üblicherweise als MLPs aufgesetzt. MLPs sind sogenannte Master Limited Partnerships. Was sind das jetzt für Unternehmen? Genauer gesagt, haben sie einen wichtigen Vorteil. Deswegen sagte ich, sie sind von staatlicher Seite quasi subventioniert, könnte man fast sagen, da der Staat oder die USA gesagt haben, okay, diese Unternehmen haben einen wichtigen Beitrag für unser Land. Diese Unternehmen sind quasi mehr oder, ich will jetzt nicht sagen, steuerbefreit, aber auf Unternehmensebene müssen sie extrem geringe Steuern zahlen. Das heißt, die Gewinne, die sie erwirtschaften, können sie mehr oder weniger direkt an ihre Anteilseigner weitergeben. Entsprechend sind eben auch gerade bei diesen Midstream-Unternehmen die Dividenden sehr hoch. Und das heißt, sie können daher auch so hohe Dividenden an sie als Anleger letztendlich auszahlen. Das heißt, wenn wir uns jetzt noch mal das ganze Thema zusammenfassen, sie haben zum einen einen Energiesektor, der nach wie vor, der arg gut gelaufen ist, aber nach wie vor weiterhin hohe Nachfrage haben wird, haben sie zudem noch einen Inflationsschutz, plus sie können zusätzlich noch eine relativ hohe Dividende kassieren, was in diesen Märkten sicherlich kein schlechtes, keine schlechte Beimischung für ihr Portfolio sein will. Für den einen oder anderen, der jetzt vielleicht noch sagt, okay, ich habe einen grünen Daumen oder mir ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig, wie sieht es denn in Zukunft mit den Unternehmen aus? Falls, wenn wir jetzt, und da kommen wir gleich dann auch noch zu bei den weiteren Produkten, von staatlicher Seite oder von den Unternehmen und Regierungen weltweit gesagt wird, okay, wir wollen aber gucken, dass wir in Zukunft von Öl und Gas nach Möglichkeit wegkommen. Die Unternehmen, für die Unternehmen ist natürlich diese Mitstream-Unternehmen auch das kein Neuland. Sie beschäftigen sich schon sehr lange mit dieser Thematik und die Frage ist natürlich, was passiert mit den Pipelines, die sie haben, wenn Öl und Gas vielleicht nicht mehr diesen entscheidenden Standpunkt in der Zukunft für die Wirtschaft haben wird. Das heißt, sie experimentieren aktuell, was können sie mit den Pipelines machen in der Zukunft. Die können natürlich nicht nur für Öl und Gas benutzt werden, sondern Sie sehen es hier, ich habe einige Beispiele mitgebracht von Unternehmen aus diesem Sektor. Sie können natürlich genauso einfach auch Wasserstoff oder Biokraftstoffe durch diese Pipelines fördern. Das heißt, auch das Zukunftsgeschäft für diese Unternehmen dürfte gesichert sein. Ich habe Ihnen dieses Thema natürlich nicht umsonst mitgebracht. Wir haben uns gesagt, okay, das ist ein Sektor, der für Sie als Anleger interessant sein könnte. Entsprechend haben wir ein ETF darauf aufgelegt, den sogenannten Elarian Midstream Energy Dividend Usage ETF. Für den ETF arbeiten wir mit einem Partner aus den USA zusammen, die speziell schon seit knapp jetzt 20 Jahren in dem Sektor aktiv sind, Produkte auch oder ähnliche Produkte auch in den USA haben und gesagt haben, Sie möchten dieses Produkt von Ihnen auch europäischen Anlegern zugänglich machen. Und schwer, was Sie jetzt definitiv keinen verwundern dürfte, ein Großteil dieser Unternehmen kommt aus den USA. Das heißt, knapp 80 Prozent der Unternehmen im ETF kommen aus den USA, 20 Prozent allerdings auch noch aus Kanada. Also der Fokus liegt hier klar auf Nordamerika. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt auch einfach nochmal für den, der sich nach den einzelnen Unternehmen ausschauen, einmal anschauen möchte, die Top Ten Position im Portfolio. Aktuell haben wir 25 Aktienunternehmen im ETF. Der ETF hat eine Gebühr, das heißt, wenn Sie sagen, das ist interessant, eine Gebühr von 40 Basispunkten, das heißt 0,4 Prozent und da er Dividende zahlt, ist er auch ausschüttend. Ganz wichtig zu diesem ETF, bevor sich der eine oder andere wundert, es ist auch der einzige ETF bei uns im Portfolio, der synthetisch repliziert ist. Das hat jetzt einen ganz einfachen Hintergrund. Und für manch einen, der sagt, okay, ich hätte gerne nur physische, hätten wir den auch physisch abbilden können. Allerdings ist es gerade bei Unternehmen, die Dividende zahlen, haben Sie als Anleger, wenn Sie unseren ETF kaufen, letztendlich ein Problem bei den US-amerikanischen Unternehmen und zwar ist die Quellensteuer. Das heißt, wir haben uns gesagt, okay, was können wir tun, um Ihnen das Leben einfacher zu machen. Das haben wir gesagt, okay, wir bilden ihn synthetisch ab. Das heißt, Sie haben letztendlich nicht die Problematik mit der Quellensteuer, die Sie dann sich bei der Steuererklärung wieder zurückholen müssten. Das ist der einzige Hintergrund und nicht, weil wir sagen, okay, wir wollten ihn nicht physisch replizieren. Ich habe das angesprochen, das ist tatsächlich einer der Charts, den ich derzeit sehr gerne natürlich präsentiere, auch bei Kunden, wenn wir Kundengespräche haben. Wir haben das Produkt Ende 2020 aufgelegt und wie Sie eindeutig erkennen können, der Energiesektor ist natürlich super gelaufen, aber dafür auch gerade die Midstream-Unternehmen konnten davon natürlich deutlich profitieren. Wenn Sie jetzt sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das Thema finde ich super interessant, dann würde ich Ihnen ans Herz legen, schauen Sie doch gerne einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei. Dort finden Sie in der Produktübersicht natürlich auch diesen ETF, aber auch alle anderen von uns und was ganz wichtig ist, worauf ich vielleicht kurz hinweisen möchte. Wir veröffentlichen für jedes unserer Produkte einen sogenannten Monthly Report. Den sehen Sie hier rechts, den Midstream Energy Monthly Report. Da können Sie dann, den können Sie sich gerne, ist eine PDF, der ist auch gar nicht lange. Das sind in der Regel ein bis drei Seiten. Da können Sie dann reinschauen und der wird meistens immer zur Mitte des Monats für den vorherigen Monat veröffentlicht, wo dann unsere Partner, quasi die Produktspezialisten für den jeweiligen Sektor, das jeweilige Thema, einfach die Nachrichten verarbeiten und sagen, okay, was ist in dem Sektor oder in dem Thema in den letzten 30 Tagen denn alles so passiert, was für Sie interessant sein könnte. Das heißt, wenn Sie, wie gesagt, das Thema für Sie interessant ist, können Sie mit diesem Report sich auch immer für den jeweiligen Sektor auf dem Laufenden halten. Dann soll es das an dieser Stelle zu der kurz- bis mittelfristigen Ausrichtung gewesen sein und da ja, auch wenn man kein Freund des Öl- und Gassektors ist, muss man knallhart sagen, kurz- bis mittelfristig wird dort kein Weg dran vorbeiführen und wir sind nach wie vor auf Gas und auch Öl in der Wirtschaft und auch in Deutschland zum Heizen angewiesen. Wenn wir uns jetzt aber mal den Blick ein wenig weiter in die Zukunft richten, was können wir tun mittel- bis langfristig oder wie sieht die Energieversorgung oder der Energiemix in der Zukunft aus? Sie können es unschwer erkennen und an dem Bild hier rechts, es soll zum einen mal um erneuerbare Energien gehen. Ich habe zwei Produkte mitgebracht, ein etwas breiter gefasstes und einmal ein etwas enger gefasstes. Das enger gefasste, und das ist eigentlich bei den erneuerbaren Energien das große und bestimmende Thema ist die Solarenergie. Gerade hier in Deutschland, der ein oder andere wird vielleicht auch auf seinem Haus zu Hause Solar auf den Dächern haben, Solarmodule auf den Dächern haben für die Strom- und die Warmwassererzeugung. Daher haben wir uns gesagt, okay, Solar ist vielleicht ein Bereich, der interessant sein könnte, der bereits interessant war, aber auch gerade in der Zukunft interessant sein könnte. Ganz wichtig für den Solarbereich sind im Wesentlichen zwei Punkte. Zum einen haben wir natürlich von staatlicher Seite, von den Regierungen weltweit, die nicht erst seit dem Kyoto-Protokoll oder dann auch seit dem Pariser Klimaabkommen gesagt haben, okay, wir müssen etwas tun, wir müssen die CO2-Emissionen reduzieren. Was kann dabei helfen? Natürlich erneuerbare Energien. Das heißt, wir haben von Unternehmensseite, sage ich schon, von Regierungs-, von staatlicher Seite ein großes Interesse daran, dass erneuerbare Energien gefördert werden. Das tun sie auch. Jetzt gab es auch natürlich durch den Russland-Ukraine-Konflikt zwei wichtige Pakete, die ich Ihnen hierfür exemplarisch einfach mal vorstellen möchte. Zum einen in den USA den sogenannten Inflation Reduction Act, der unter anderem, das muss man fairerweise auch noch dazu sagen, auch Öl- und Gaskonzerne mit Unternehmen mit eingeschlossen hatte, aber er hatte einen ganz wichtigen Fokus auch auf erneuerbare Energien. Und das heißt, dass diese erneuerbaren Energien gezielt gefördert werden. In den USA war es oftmals so, dass es immer wieder Legislativen gab, gerade auch zur Solarindustrie und die galten dann in der Regel für drei bis fünf Jahre. Das heißt, drei bis fünf Jahre, jeder, der selber Solarmodule auf dem Dach hat, drei bis fünf Jahre, ja, das dauert vielleicht auch hin und wieder mal zehn Jahre oder eher zehn Jahre, bis sich solche Module letztendlich auch rechnen. Das heißt, natürlich hat man entsprechend, wenn man das nur so kurze Intervalle gibt, von staatlicher Seite, hat man natürlich Bedenken, okay, lohnt sich diese Investition letztendlich. Die Regierungen beziehungsweise die Staaten haben gesagt, okay, ja, wir müssen hier deutlich, deutlich mehr tun, um diese erneuerbaren Energien auch dem Endverbraucher schmackhaft und interessanter zu machen und vor allen Dingen auch lohnenswert. Das heißt, mit dem Inflation Reduction Act wurden sogenannte oder wurden Steuergutschriften erlassen, die jetzt teilweise auf zehn oder sogar 15 Jahre installiert wurden. Das heißt, man hat jetzt als Endabnehmer oder als Verbraucher zum Schluss wesentlich mehr Planungssicherheit und kann entsprechend auch sagen, okay, lohnt sich diese Investition oder nicht. Zusätzlich möchte man, und das ist gerade bei Solar auch ganz wichtig, für diejenigen der Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich mit dem Thema näher beschäftigt haben, natürlich ist China ein ganz großer Player am Markt, nicht nur bei der Herstellung, auch bei der Benutzung von Solarenergie, der Verwendung, allerdings auch die USA und dort gerade auch ganz speziell Kalifornien. Das heißt, man hat zusätzlich Steuergutschriften erlassen, um die inländische Fertigung weiter zu fördern. Das heißt, dass auch die inländische Produktion beziehungsweise inländische Unternehmen in den USA kompetitiver auf dem Weltmarkt agieren können zu chinesischen Unternehmen. Auf der europäischen Seite gab es den Repower EU-Plan. Den dürften eigentlich auch den Großteil unserer Zuhörer und Zuhörerinnen bereits schon mal gehört haben. Ziel dieses Plans war es vorab erst mal sich langfristig unabhängig von fossilen Brennstoffen und ganz gezielt von fossilen Brennstoffen aus Russland zu machen. Jetzt, wie gesagt, sucht man aktuell für kurzfristige Lösungen nach Gas aus Katar oder den USA. Auf der anderen Seite möchte man natürlich, und da war Europa und auch ganz speziell auch Deutschland, dafür wird Deutschland immer wieder gerne kritisiert, gerade in der aktuellen Situation, ein Vorreiter in Sachen nachhaltiger Energie oder erneuerbare Energie. Das heißt, Atomkraftwerke wurden runtergefahren. Wir haben versucht, auf Solarenergie umzuschwenken, auf Windenergie. in der aktuellen Zeit ist es natürlich eher kontraproduktiv, da wir noch nicht die genötigen Kapazitäten haben, um Öl und Gas zu ersetzen. Wichtig finde ich aber, dass man schon langfristig geplant hat damit und quasi den Grundpfeiler dafür gelegt hat. Wir wollen, und das sind jetzt in der EU schon trotz der aktuellen Ziele, die es bisher gab, hat man jetzt gesagt mit dem Repower EU-Plan, okay, wir wollen aber trotzdem unsere Verdopplung der Solarkapazitäten bis 2025 erreichen. Das war früher mal bis 2030 vorgesehen. Das heißt, es wird hier in nächster Zeit in dem Sektor deutlich mehr Investitionen vonstatten gehen. Jetzt hatte ich gesagt, für den Solarbereich sind zwei Sachen oder zwei Punkte sehr wichtig, was für diesen Sektor sprechen. Zum einen Mal, wie ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe, dass wir von staatlicher Seite deutliche Förderung dieses Sektors haben. Auf der anderen Seite, warum jetzt gerade ganz speziell Solarenergie so interessant ist, wenn wir uns auf der Seite den Chart angucken, Solarenergie ist jetzt seit 2019 oder seit knapp 2019, 2020 zur günstigsten Energieform geboren. Das heißt, wir hatten seit in den letzten 10, 10, 15 Jahren gerade auf dem Bereich, dadurch, dass es auch nach und nach gefördert wurde, mehr und mehr Investitionen und dann auch Errungenschaften in der Forschung, dass wir letztendlich die Kosten und das ist natürlich auch immer einer der großen Faktoren, wenn es um Energiegewinnung geht, uns anschauen, okay, welche Kosten haben wir dafür und aktuell ist es nun mal so, dass die Solarenergie eben von, Sie sehen es hier, das sind jetzt für weltweite Produktion im Schnitt von 360 Dollar auf etwas unter 40 Dollar gefallen ist. Das heißt auch gerade hier durch den technologischen Fortschritt ist die Solarenergie lukrativ geworden. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie auf der linken Seite sehen Sie einmal ein Kreisdiagramm zu dem aktuellen, zu unserem aktuellen Energiemix und auch gerade vor dem Hintergrund, dass erneuerbare Energie nun ganz speziell auch Solar gefördert werden soll, wie unser Energiemix in 2050 aussehen könnte. Und ganz einfach, nicht nur dadurch, dass wir zum einen natürlich mehr Energie brauchen werden, müssen wir natürlich sehen, dass wir diese Energie, die bisher durch Öl und Gas oder vielleicht auch Kohle generiert wurde, müssen wir natürlich sehen, okay, wie können wir das zu Wind und Solar, zu den erneuerbaren Energien rüberbringen. Das heißt, letztendlich sehen wir für den Sektor bis 2050, um einfach nur diese Kapazitäten zu erreichen, die von staatlicher Seite vorgegeben sind, müssten, und das ist einfach nur Stand heute, 135 Milliarden US-Dollar pro Jahr in Solarkapazitäten investiert werden. Das heißt, dieser Sektor, er wird in, oder gerade über die, über die nächsten Jahre, über die nächsten 20, 30 Jahre, deutliche, deutliche Investitionen sehen. Was sie natürlich dann auch, und das ist generell immer so, wenn wir natürlich sehen, okay, da strömt viel Geld in diesen Sektor, macht natürlich auch die Unternehmen deutlich lukrativer für sie als Anleger auch. Jetzt mag der ein oder andere Kritiker sagen, okay, erneuerbare Energien, schön oder schön und gut. Wir haben natürlich zwei Probleme. A, scheint die Sonne nicht immer, und B, können wir denn überhaupt die Solarenergie überall auf der Welt nutzen? Ich habe Ihnen hierfür einfach mal ein Bild mitgebracht von der Weltbank zu den aktuellen, das ist jetzt einfach nur mal eine Grafik, welche Möglichkeiten wir denn weltweit von der Solarenergie oder wie viel Energie wir weltweit wo durch Solarenergie generieren können. Und je dunkelroter diese Flecken sind, können Sie schon denken, umso energieeffizienter sind sie. Und wenn wir dann mal schauen, dass wir das selbst in Deutschland versuchen möchten, ganz hier oben, wo wir eher hellgrün bis vielleicht auch schon leicht bläulich im Norden sind und das auch tun können, ist die Solarenergie gerade weltweit, wenn wir uns die Karte anschauen, die Energielösung für die Zukunft. Der zweite Punkt, der oftmals gerade bei Solarenergie oder erneuerbaren Energien angesprochen wird, was ist denn jetzt mit der Speicherung? Wie sieht es da aus? Und das war lange Zeit eine der größten Problemfelder. Die Sonne scheint natürlich oder auch Windenergie. Wind ist immer nur zu speziellen Zeiten, der ist nicht immer rund um die Uhr und die Sonne scheint natürlich auch nicht rund um die Uhr. Das heißt, dem Thema Speicherung war ein wichtiger Fokus oder auf dem Thema Speicherung lag ein ganz wichtiger Fokus. Entsprechend auch hier können wir sagen, okay, dadurch, dass diese Sektoren staatlich gefördert werden und auch von staatlicher Seite eben so ein Fokus drauf liegt, gab es hier durch eben technischen Fortschritt auch deutlich bessere Lösungen. Das heißt, mittlerweile und das auch bis 2050 werden wir Batterien und Speicherlösungen haben, die Solarenergie und auch Windenergie entsprechend speichern können. Das heißt, auch hier dürfen wir in Zukunft noch weiteren Fortschritt sehen, was diese Industrie und dann letztendlich auch die Kosten für Solarenergie sogar vielleicht noch weiter senken können. Wenn Sie jetzt sagen, okay, das Thema Solarenergie, das klingt interessant, haben wir dafür für Sie ein ETF aufgelegt auf Solarunternehmen. Muss man auch dazu sagen, wir waren auch hier mal wieder ein Vorreiter in der Industrie in Europa. Wir haben damals für Europa den ersten und den allerersten ETF aufgelegt, der sich speziell auf Solarenergie fokussiert hat. Sie sehen es hier links an der Länderaufteilung. Ich hatte es angemerkt, die größten Player-Markt sind nach wie vor USA und China. Deutschland hatte mal einen sehr großen Sektor, den man leider, ja, ich will jetzt nicht sagen klein gewirtschaftet hat, aber mittlerweile nicht mehr den Stand hat oder nicht mithalten kann, auf kompetentiver Ebene mit China und den USA. Wie ist der ETF aufgebaut? Wir unterscheiden zum einen mal Unternehmen, die in der Solarindustrie tätig sind, zwischen Pure Play und sogenannten Nicht-Pure Play. Was heißt das jetzt? Es ist ganz einfach. Wir schauen, wie hoch ist der Umsatz, der jeweiligen Unternehmen in der Solarindustrie. Wenn Sie mehr als 60 Prozent Ihres Umsatzes ganz gezielt mit der Solarindustrie erwirtschaften, dann sagen wir, okay, das ist ein Pure Play-Unternehmen, dem möchten wir letztendlich ein höheres Gewicht zu messen und das sind die Player, die die Entwicklung in diesem Sektor treiben. Zusätzlich, weil das dann natürlich auch gerne mal, gerade wenn das so ein spezielles Thema ist, der Sektor sehr eng werden kann, haben wir gesagt, okay, wir möchten jetzt nicht nur drei oder vier Unternehmen haben, wir müssen das natürlich auch noch ein bisschen den ETF ein bisschen diversifizieren und auffüllen, haben wir auch sogenannte Non-Pure Play-Unternehmen, die allerdings dann ein niedrigeres Gewicht bekommen, die entsprechend fünf bis 60 Prozent ihres Umsatzes mit der Solarindustrie erwirtschaften. auch hier sehen Sie, habe ich Ihnen einfach mal mitgebracht, auf der linken Seite die Top 10 Positionen im ETF, sowie auf der rechten Seite eine Übersicht, den ETF gibt es seit Mitte letzten Jahres, hat eine TEA, das heißt, die Kosten für Sie jährlich bei 69 Basispunkten und für den einen oder anderen, für den das relevant ist, der sagt, okay, ich möchte vielleicht in meinem Portfolio nur ETFs oder Produkte haben, die nachhaltig sind, nach der SFDA-Klassifizierung ist es in den Artikel 8 Fonds. Insgesamt sind immer 25 oder nach aktuellem Stand 25 Portfolios, Bestandteile im Portfolio, das heißt Unternehmen, die im ETF enthalten sind. Auch hier möchte ich Ihnen jetzt nicht die Performance verschweigen, nicht, dass hinterher noch einer sagt, ja, jetzt hat der Herr Lump bei den Öl und Gas, den Öl und Gas ETF die Performance mitgebracht, das möchte ich auch hier nicht verschweigen. Ja, wir hatten, und das muss man dazu sagen, gerade auch, weil die Solarindustrie noch eine wachsende Industrie ist, waren auch die zu Beginn dieses Jahres von dem Abschwung, wir hatten immer wieder steigende Zinsen, haben auch aktuell wieder immer noch steigende Zinsen, das heißt gerade so kleine Wachstumsunternehmen sind hier besonders abgestraft, das haben wir auch in diesem Produkt gemerkt, allerdings sehen wir hier auch und deswegen hatte ich es zum Eingang angemerkt, sehen wir gerade hier rechts, so Mitte dieses Jahres zu Juli, August hin gab es eben diesen Inflation Reduction Act, der verabschiedet wurde, genauso wie der EU Repower EU Plan in Europa und das hat natürlich den Solaraktien deutlich Auftrieb gegeben, das sehen wir hier rechts auch ganz deutlich. Auch hier wieder, wenn Sie sagen, okay, das Thema interessiert Sie, schauen Sie gerne bei uns auf der Webseite einfach mal vorbei, auch hier finden Sie wieder alle wichtigen Daten sowie ein White Paper und auch ein Produktdeck zu dem ETF, der nochmal deutlich mehr Informationen enthält, als ich, als die, die, die ich Ihnen heute in der Kürze der Zeit näher bringen kann und wie gesagt, wenn Sie dort langfristiger auf dem Laufenden gehalten werden wollen, auch hier gibt es wieder unseren Monatsreport, den Sie sich anschauen können. Dann habe ich Ihnen jetzt zum Abschluss noch ein Thema mitgebracht, was den einen oder anderen vielleicht noch sagen würde, okay, das ist Zukunftsthema, ja, das ist es, wenn wir dann jetzt eher in die Richtung gehen, wie sieht es langfristig aus? Dezentrale Energieerzeugung soll das Thema sein. Bevor Sie jetzt sagen, okay, was soll das genau heißen? Für Sie einfach hier mal eine kurze Übersicht, was unter dem Thema denn so alles zusammengefasst ist. Ganz einfach kann man dazu sagen, dezentrale Energiegewinnung ist letztendlich die Energiegewinnung vor Ort. Hierzu zählen auch und das ist aktuell auch noch der größte Teil in diesem ETF, die Solarindustrie, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Aber auch hier gibt es zweite Renovation über Energiespeicher, intelligente Zähler, Vehicle-to-Grid-Energie. Vehicle-to-Grid-Energie ist nichts anderes als, dass Ihr Elektroauto, wenn Sie das zu Hause mal laden, Sie auch den Stecker, wenn Sie ihn drin haben, sagen, okay, ich möchte auch die Möglichkeit haben, Energie, die ich jetzt aus meinem Elektroauto, das ich geladen habe, wieder zurück ins Netz zu geben. Das heißt, mein Vehikel, mein Auto kann Energie letztendlich oder Strom auch wieder zurück ins Netz speisen. Das ist natürlich dahingehend interessant, wenn wir diese Spitzenabdeckung haben. Also gerade so am Abend, wenn Sie sagen, okay, da benutze ich mein Auto jetzt eher nicht und alle Leute kommen von der Arbeit nach Hause, das heißt, es wird mehr Energie verwendet, können Sie hiermit dann auch zusätzlich wieder Energie ins Netz liefern. Unter anderem natürlich auch Softwarelösungen und gerade auch alles, was mit dem Schlagwort Smart Home zu tun hat. Das heißt, wie können Sie Ihren Stromverbrauch zu Hause intelligent nutzen? Wie gesagt, das Thema ist ein wenig, ist noch ein wenig in die Zukunft, das in die Zukunft gerichtet. Das steckt noch mehr oder weniger in den Kinderschuhen, aber das für Sie vielleicht einfach nur mal, wenn Sie sehr langfristig orientiert sind im Portfolio, was Sie sich anschauen können. Warum ist jetzt dieses Thema auch gerade so relevant oder warum wird es auch in Zukunft relevanter werden? Wir haben auf der einen Seite hier in Deutschland ein relativ stabiles Stromnetz, das muss man fairerweise dazu sagen. In den USA ist das oftmals vielleicht nicht der Fall. Das heißt, es kommt dort öfters mal zu Stromausfällen. Jetzt sagt sich natürlich der Anleger, der Stromverbraucher, Sie und ich zu Hause, okay, was kann ich tun, um mich unabhängig davon zu machen? Ich schaue natürlich nach Lösungen. Wie kann ich vielleicht mein eigenes Stromnetz zu Hause aufbauen, dass ich nicht so für diese Notfälle nicht auf das Stromnetz vom Staat angewiesen bin? Und genau hierfür sind genau diese Lösungen bedacht. Zweiter wichtiger Punkt und das betrifft uns vielleicht auch, warum dieses Thema jetzt gerade im aktuellen Umfeld Sinn macht. Das ist jetzt hier einfach nur mal beispielhaft für die USA. Das ist aber hier in Deutschland mit Sicherheit ähnlich, wie denn letztendlich der Strompreis, den Sie und ich als Endverbraucher zahlen, zustande kommt. Und ohne da jetzt zu viel auf die, auf alle Punkte hier in der Mitte einzugehen. Letztendlich haben wir einen Großhandelspreis hier ganz links und einen Endverbraucherpreis, der oftmals doppelt, wenn nicht sogar dreifach so hoch ist, wie der Wholesale der Großkundenpreis ist, der Großhandelstarif. Jetzt können Sie natürlich sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht durch die technische Reduktion Möglichkeiten, um genau diese Kosten hier in der Mitte alle rauszuschließen oder auszuschneiden und versuchen mich durch Investitionen in die verschiedenen Technologien zu sagen, okay, ich mache mich unabhängig von dem staatlichen Stromnetz. Natürlich wird man sich nicht komplett unabhängig machen können, aber man kann natürlich schauen, okay, was kann ich in der Zukunft oder was kann in der Zukunft getan werden. Wir haben, ich habe Ihnen jetzt hier einfach nur noch mal auch, wenn wir einen Blick auf die Uhr werfen, müssen wir uns ein bisschen ranhalten, da, falls Sie halt Fragen haben, wir die auch noch beantworten können, habe ich ein Beispielhaft einfach nur mal mitgebracht, wie könnte die Versorgung, wie sie aktuell aussieht, das sehen Sie auf der linken Seite mit einem Benziner, mit der Elektrizität und Gas, dass Sie aus dem regulären Strom und Gasnetz beziehen, beziehungsweise auf der rechten Seite, wie könnte es mit den eben genau den Technologien aussehen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und ich hatte es zuvor bei der Solarenergie schon erwähnt, durch den technologischen Fortschritt ist eben vieles, sind viele dieser Innovationen kostengünstig geworden. Und ohne da jetzt auf die speziellen Einzelheiten einzugehen, weil das wie gesagt nur exemplarisch ist, können wir sehen, dass wir aktuell, wenn wir das, und hier sind jetzt nicht nur, dass Sie das benutzen, sondern auch die Anschaffungskosten mit einberechnet, quasi dann auf die Monatskosten runtergebrochen, können Sie zum einen mal deutlich, deutlich ein bisschen günstiger Ihren Strom und Ihre Heizkosten abdecken durch diese Techniken und als schöner Nebeneffekt haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit, dass Sie keine Emissionen haben. Wir haben auch, wie gesagt, ich habe das Thema nicht ohne Grund mitgebracht, wir haben auch hier einen ETF aufgelegt, der nennt sich iClimber Smart Energy. auch hier ist der Schwerpunkt bisher auf Unternehmen in den USA, wir sind aber auch mit Unternehmen aus Europa vertreten und auch aus Asien. Sie sehen hier rechts auch, das hatte ich schon bei der ersten Folie zu diesem Thema kurz beschrieben, was ist durch dieses Thema alles abgedeckt, die zentrale Energiegewinnung, die zentrale Energiespeicherung, die Beagle-to-Grid, virtuelle Kraftwerke, vernetzte Gebäude, das heißt, Smart Home-Technologien, was jetzt aber, wie gesagt, nicht nur für Sie in Privathaushalten, natürlich auch Unternehmensgebäude oder gewerblich genutzte Gebäude betrifft. Eine Besonderheit zu diesem ETF, der ist gleichgewichtet, das heißt, alle Unternehmen in diesem, die 55 Bestandteile, die 55 Unternehmen, die in diesem ETF inkludiert sind, sind alle gleichgewichtet. Wir haben hier zudem noch, für die, die es interessiert, auch gerade, weil wir auf diese Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und nachhaltige Energiegewinnung haben, einen Artikel 9 Fonds. Die Kosten für den Fonds betragen 69 Basispunkte und wir schauen auf halbjährlicher, auf halbjährlicher Basis, okay, welche Unternehmen fliegen raus, welche Unternehmen kommen neu rein. Auch hier möchte ich Ihnen wieder nicht den Start verheimlichen. Die Performance war aufgrund dessen, dass wir hier noch in die Zukunft sehen, dasselbe wie bei dem Produkt, was ich Ihnen zuvor vorgestellt habe, zur Solarenergie. Wir haben viele kleinere Wachstumsunternehmen, die natürlich durch die Thematik ansteigende Zinsen deutlich gelitten haben. Auch hier wieder der Hinweis, sollten Sie Interesse an dem Produkt haben, schauen Sie gerne bei uns vorbei auf der Homepage. Dort werden Sie auch diesen finden, den iClimber Smart Energy. Da ich jetzt, und das ist jetzt, damit möchte ich meinen Vortrag jetzt hier an dieser Stelle auch beenden. Da ich jetzt nicht alle Produkte vorstellen konnte, sondern Ihnen einfach nur mal drei exemplarisch rausgesucht habe, das sind diese drei hier oben. Wie gesagt, falls Sie sagen, okay, in dieses Thema möchte ich mich noch ein bisschen weiter informieren, diese Thematik, schauen Sie gerne einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei. Dort finden Sie auch noch mal ein, zwei andere Produkte. Wir haben unter anderem ein Produkt, das sich auf Elektroautos bezieht, aber jetzt nicht, wie jeder andere Elektroautobauer kauft, sondern sich wirklich damit befasst, wie sieht denn überhaupt die Ladeinfrastruktur für diese Elektroautos aus. Zweiter Punkt und auf den ich noch mal hinweisen möchte, ist der Sprott Global Uranium Miners, der Sie aktuell auch sehr viel Beliebtheit erfreut auf institutioneller Seite. Da sehen wir hohe Nachfrage. Ich habe ihn jetzt hier nicht reingepackt, weil das ein Thema ist, was hier in Deutschland doch eher kontrovers diskutiert wird. Wer aber sagt, okay, ich möchte warum auch immer in Atomkraft investieren, der kann sich diesen mal angucken. Dieser beinhaltet Uranminenbetreiber, also quasi der Rohstoff, der letztendlich in Atomkraftwerken benutzt wird, sowie auch teilweise investiert er direkt in Uran. Dann soll es also an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gequält. Und ja, Jasmin, wenn wir Fragen haben, dann gerne immer her damit. Sehr gerne, David. Erstmal vielen Dank an dich. Wir haben einige Fragen noch grundsätzlich zu euren ETFs. Mit denen würde ich auf jeden Fall direkt starten. Gibt es denn bei euch eine Mindestanlage-Summe und sind die ETFs auch sparplanfähig? Ja und ja. Nein und ja. Eine Mindestanlage gibt es nicht. Sie können, wie gesagt, für die jeweiligen Preise, also Mindestanlage dahingehend, wenn das Produkt 1 Euro kostet oder 9 Euro kostet, ist die Mindestanlage für ein ETF 9 Euro. Das heißt, wir haben jetzt nichts, dass jemand, der jetzt Interesse an dem Produkt hat, By the way, diese Produkte sind doch alle auf Xetra gelistet. Das heißt, wer die kaufen möchte, kann das ganz einfach über seinen Broker auf Xetra tun. Zu der zweiten Frage, sparplanfähig? Ja und nein? Das kommt dann jeweils auf den Broker an und da müsste ich dann, wie gesagt, auf den jeweiligen Broker verweisen. Also es gibt vereinzelne Broker, mit denen wir Sparpläne haben, was sich aber mit Sicherheit auch in Zukunft nochmal erweitern wird. Wir sind natürlich immer interessiert, das Angebot für Sie als Anleger zu erweitern. Vielen Dank, David. Eine Frage, die unseren Zuschauern unter den Nägeln brennt, sind eure ETFs denn auch in der Schweiz handelbar? Die sind auch in der Schweiz handelbar, ja. Wir können, wie gesagt, ich mache ja auch den Vertrieb für die Dachregion. Allerdings, wenn jetzt jemand sagen will, er will über die Schweizer Börse handeln, es sind nicht, nach meinem Wissen stand, nicht alle ETFs für die Schweiz an der Schweizer Börse gelistet. Wenn es möglich ist, für ihn kann er die natürlich über Xetra dann auch gerne handeln. Falls er aber da nochmal genauer oder detailliertere Fragen hat, kann er sich auch gerne direkt an mich wenden, mir kurz ein E-Mail schreiben an david.lump, lomp.hahn.etf.com Dann können wir das auch nochmal für den speziellen oder den jeweiligen Fall, dann kann ich da nochmal Rückmeldung geben. Vielen Dank, David. Dann würde ich dir jetzt noch eine Frage stellen, denn die kam gerade zu eurem Clean Energy ETF rein. Ist denn bei solchen ETFs auch Greenwashing noch ein Problem? Das ist jetzt, also in dem Produkt oder kann ich fast sagen, nein. Es ging ja hier um diesen Smart Energy. Das Thema Greenwashing ist natürlich grundsätzlich ein Problem bei diesem Produkt gezielt und da kann ich mit relativ hoher Sicherheit auch sagen, nein. Aufgrund dessen, da ich den Partner für dieses Produkt kenne. Wir arbeiten bei diesem Produkt mit iClimber zusammen. iClimber ist von zwei Damen gegründet worden aus UK. Sie waren früher mal für den, haben unter anderem nachhaltige Projekte im Energiebereich betreut bei namhaften, bei namhaften Unternehmen und haben gesagt, okay, wir möchten gerade auf der Nachhaltigkeit oder für erneuerbare Energien, da wird uns noch zu wenig getan und damit haben sie sich mit dem Unternehmen selbstständig gemacht. Und ich würde natürlich immer gerne die, und in diesem Fall ganz besonders, eine der Gründerinnen von iClimber mitbringen, die bei diesem Thema wirklich immer mit Herz und Seele dabei ist. Von daher kann ich auch zu diesem Produkt sagen, Greenwashing sollte hier kein Problem sein. Man muss natürlich immer vorsichtig sein. Wir haben in dem Produkt jetzt 55 Unternehmen. Natürlich kann bei aller Due Diligence, die wir machen, natürlich immer mal wieder ein Unternehmen dabei sein, was über die Stränge schlägt, was wir dann natürlich im Nachgang dann natürlich auch sofort aus dem Produkt ausschließen würden. Vielen Dank, David. Dann noch eine Frage, die uns gerade aus dem Plenum erreicht hat. Kernenergie ist ja auch Teil der dezentralen Energienutzung. Habt ihr da auch ein ETF drauf oder ist das in eurem iClimber ETF enthalten? Also Atomenergie würde ich jetzt nicht sagen, dass das dezentrale Energieerzeugung ist. Das ist natürlich, also ich glaube jetzt nicht, dass jemand, also es gibt mittlerweile, aber das würde ich dann auch nicht als dezentrale Energieerzeugung beziffern. Vielleicht ganz kurz zu dem Thema dezentrale Energieerzeugung ist wirklich das, was Sie jetzt als Zuhörer oder ich zu Hause bei mir vor Ort machen könnte. Ich habe natürlich jetzt keinen kleinen Atomreaktor bei mir hier zu Hause sitzen und das wird es auch in Zukunft nicht geben. Es gibt zwar mittlerweile kleinere oder Konzepte zu sogenannten Mini-Reaktoren, aber das ist mit Sicherheit nichts, was für den Haushaltsgebrauch zur Verwendung ist. Das heißt, Atomenergie ist in diesem, sind in diesen Produkten nicht enthalten, sondern, und da verweise ich, was ich eben angesprochen hatte, zum Schluss auf diesen Sprott Global Uranium Miners Usage ETF, den wir aufgelegt haben Anfang dieses Jahres. Wer jetzt sagt, okay, er möchte gezielt oder er sucht was, um in Atomenergie oder Atomkraft zu investieren, dann ist das definitiv der Fonds für ihn. Wie gesagt, der Fonds investiert in quasi die Unternehmen, die dahinter stehen, jetzt nicht in die Atomkraftwerksbetreiber, sondern in die Unternehmen, die Uran, und das ist ja das letztendlich, was im Atomreaktor verwendet wird, in Atomkraftwerken, der Brennstoff für diese Atomkraftwerke, eben diese Minenbetreiber, die diesen Rohstoff aus der Erde holen, beziehungsweise, wenn er jetzt direkt das Exposure haben möchte, wir halten auch, ich glaube, mit 15 Prozent direkt Uran. Vielen Dank, David. Ja, unser Online-Seminar befindet sich sozusagen schon in der Nachspielzeit. Vielen Dank für deinen Vortrag und für die ausführliche Beantwortung der Fragen gerade eben. Ich möchte Ihnen, liebe Zuschauer, noch den Hinweis geben, dass dieses Seminar aufgezeichnet wurde. Sie können es sich also jederzeit noch einmal anschauen. Den Link zur Aufzeichnung und zu weiteren Informationen erhalten Sie im Anschluss an diese Veranstaltung per E-Mail. Sie können David also gerne auch noch, falls Fragen offen sind, diese per E-Mail schicken. Da bekommen Sie dann bestimmt auch eine Antwort und den Aufzeichnungsartikel, den werden Sie voraussichtlich in wenigen Stunden auf der Startseite von Finanzen.net finden. David, ich würde dich noch um ein kurzes Schlusswort zu unserem heutigen Seminar bitten. Was möchtest du unseren Teilnehmern noch mit auf den Weg geben? Das ist natürlich in der aktuellen Zeit sehr schwierig, da wir auch so viele Produkte haben, die ich heute vorgestellt habe. Ich kann an der Stelle vielleicht einfach nur noch mal den Anlegern mitgeben, kühlen Kopf bewahren, nicht in Hektik verfallen in den aktuellen Märkten und vielleicht gucken, Ruhe zu bewahren, was wir für die Zukunft tun können. Und deswegen, wie gesagt, auch das Thema heute, schauen Sie gerne mal bei uns auf der Homepage vorbei. Ich denke, wir haben Produkte, die auch gerade längerfristige Trends abbilden, die jetzt mal die aktuellen Turbulenzen am Markt natürlich nicht unbetroffen davon sind, aber wer jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt für den nächsten Aufschwung mein Portfolio ready machen, der darf natürlich gerne mal auch gerade hier bei dem Thema Energie bei uns vorbeischauen. Das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Vortrag und ich denke, unsere Zuschauer haben auch einiges für sich mitnehmen können. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei dir auch im Namen unserer Zuschauer für deine Expertise und deine Zeit bedanken, die du uns heute gewidmet hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag, selbstverständlich alles Gute und wir sehen uns ja bald an Ort und Stelle hier hoffentlich wieder. Und auch bei Ihnen, verehrte Zuschauer, bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Teilnahme an diesem Webinar. Wenn Sie kein weiteres Webinar mit Profis wie David Lump verpassen möchten, dann abonnieren Sie bei Gelegenheit doch einfach gerne unseren Webinar Newsletter. Ich freue mich darauf, Sie bei einem unserer nächsten Online-Seminare wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren zukünftigen Investments. Ciao und bis zum nächsten Mal hier bei Finanzen.net.